Die Ankunft von Ellie Conde Die Ankunft ist der dritte Band in der dystopischen Trilogie von Ellie Conde, die auch im deutschen Cassia und Kai heißt, im englischen Match, beziehungsweise der dritte Band Reached. Darin geht es um eine Gesellschaft in der Zukunft, die ja nach der Rebellion quasi jetzt etwas auseinanderbröckelt und in diesem Band passiert eben noch etwas Großes, denn es bricht eine Seuche aus und Cassia, Kai und Xander, also die Hauptcharaktere, müssen mit dieser ganzen Sache umgehen. Cassia und Kai werden dabei voneinander getrennt, Cassia wird undercover irgendwo zugeordnet, Kai außerhalb der Grenzen und Xander wird eben als Mediziner irgendwo eingesetzt. Auch diese Rezension ist etwas älter und wird jetzt nachgeholt. Das Buch ist übrigens einer der schlechtesten Reihenabschlüsse, die ich jemals gelesen habe, nur als Vorwarnung. Ja, was soll ich sagen? Es wird jetzt gleich relativ kurz, weil ich könnte über das Buch sehr viel reden, aber eigentlich lässt sich das auch sehr schnell zusammenfassen. Ich dachte eigentlich nach Crossed, also nach Die Flucht, könnte das gar nicht mehr schlimmer kommen, aber dieser dritte Band, der hat mich tatsächlich eines Besseren belehrt. Also die Schreibweise von Ali Kondi, ich mag sie super, super gerne, wirklich. Und das ist auch der Grund, warum das Buch nicht noch weniger Sterne bekommen hat. Aber sie hat einfach nichts mehr wirklich auswirken können in diesem Buch, also sie hat nichts mehr retten können. Ich mag sie trotzdem, ich werde auch nicht ausschließen, jemals nochmal was von Ali Kondi zu lesen. Also hier eine Kurzfassung. Die Handlung, die ließ sich, wie auch schon beim ersten Band, in wenigen Sätzen zusammenfassen, weil das hier, das Buch, das ist voll von inneren Monologen und auch Dialogen, die eigentlich zu nichts führen. Also es ist wirklich voll gestopft mit Füllszenen im Endeffekt. Ich meine, klar, der innere Monolog, der sollte wahrscheinlich melancholisch und philosophisch und ich weiß nicht, was alles sein, aber der war im Endeffekt einfach nur langweilig und das an sich war noch nicht mal das Problem. Vielmehr ging es mir hier darum, dass die Handlung komplett abgewichen ist von dem, worum es eigentlich ging und was man auch erwartet. Also diese ganze Rebellion, also die ja eigentlich relativ episch an sich ist gegen die Regierung und gegen das ganze System, es geht ja auch im ersten Band eigentlich genau darum, also um die Rebellion gegen das System, also um diese Dystopie und wie aus der Dystopie ausgebrochen werden könnte. Und hier in diesem dritten Band wurde das eigentlich komplett beiseite geschoben. Also es hätte ja eine relativ komplexe Handlung sein müssen, um diese ganzen Probleme zu lösen. Aber hier war es ja wirklich so, dass die Seuche ausbricht und der Kampf gegen die Regierung einfach vergessen wird im Endeffekt und stattdessen nur noch dieser Kampf gegen die Seuche im Vordergrund steht. Das ging mir total auf die Nerven, weil das wirklich so war, dass Alicondi halt irgendwo den leichten Ausweg genommen hat. Zumindest hatte ich das Gefühl. Also statt diese ganzen Stränge zusammenzuführen, diese losen Fäden, die sie in den ersten beiden Büchern überall ausgesät hat, ist es hier so, dass sie einfach diese Seuche benutzt und ja eigentlich alles darauf fokussiert, ein Heilmittel dafür zu finden. Und das fand ich einfach ja so ein bisschen schlampig fast schon oder dreist. Also ich persönlich habe es so empfunden, dass hier einfach der leichtere Ausweg genommen worden ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Liebesdreieck. Also da kann ich nicht näher drauf eingehen, ohne zu spoilern, aber ich fand die Lösung des Liebesdreiecks auch nicht schön. Und ich fand halt auch selbst diesen Versuch, ganz am Ende von dem Buch auf den Beginn der Geschichte zurückzuführen, der ist meiner Meinung nach irgendwie komplett misslungen, weil dieser Bezug zum Anfang in diesem dritten Band gar nicht mehr da gewesen ist. Logik war da teilweise auch so ein bisschen problematisch. Aber gut, da an dem Punkt war eh alles, da war eh Hopfen und Malz verloren, deshalb was soll man dazu noch sagen, ne? Alles in allem hat das Buch zwei Sterne von mir bekommen. Also die Trilogie insgesamt würde ich tatsächlich nicht weiterempfehlen, obwohl ich den ersten Band damals super fand. Der hat, glaube ich, fünf Sterne sogar von mir bekommen. Also ich fand den wirklich, wirklich gut. Aber ich würde die Trilogie als Ganzes nicht weiterempfehlen, weil man kann ja nicht einfach nur den ersten Band lesen. Das ist ja einfach immer bei Trilogien so. Und auch der Grund, warum ich mit Reihen manchmal Probleme habe, aber so ist es halt. Weil der erste Band, der war super und umso enttäuschender ist es dann halt einfach mit den Fortsetzungen gewesen. Aber wie schon gesagt, würde ich nicht ausschließen, jemals nochmal was von Ellie Conny zu lesen. Aber ich halte es doch für relativ unwahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das war meine Meinung zu die Ankunft von Ellie Conny. Die Rezensionen zu Band 1 und 2 findet ihr unten verlinkt. Außerdem findet ihr hier irgendwo den Button zum Abonnieren. Müsst ihr natürlich nicht benutzen. Ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Lesen. Einen wunderschönen Tag und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.